Die Finanzen des Stadtwerthofens sind alles andere als rosig. Mit uns brauchen Sie sich aber keine Sorgen machen bezüglich Vereinsförderungskürzungen oder Gebührenerhöhungen. Dafür stehen wir nicht als UWG. Wir als UWG haben in den letzten fünf Jahren sehr viel weitergebracht. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir Transparenz und Fairness in der Gemeinde geschaffen haben. Zum Beispiel die Förderrichtlinie beim Sport, allgemein anwendbar, ausgerichtet auf Jugendförderung. Die Förderrichtlinie bei die Feuerwehren. Fairness in der Mittelverteilung bei den Feuerwehren. Aber auch die Saalmieten. Fairness bei Saalmieten. Es gibt nicht, dass einer mehr, der andere weniger zahlt. Das sind nur wenige Beispiele unserer Arbeit der letzten fünf Jahre. ... ... ...